so also nächster stopp castle das heißt wir nehmen das boot dahinten ja zwerge mögen kein wasser direkt das ist vollkommen normal außer dieser eine komische zwerg wir hatten glaube ich irgendwo mal ein zwergen kapitän getrunten das war sogar hier in der klippe schiff nach karsal bitte ja und da wollen wir zu einer schwarzen wache denn die hat was für uns und wir müssen zu einem doofen händler unterstadt weil da wollen wir nicht hin weil die unterstadt ist doof verlaufe ich mich regelmäßig drin trotz karte aber die wache wo war die ich habe es bestimmt irgendwo auf der karte eingezeichnet schwarz gerade ist das sieht doch gut aus also nördlich halten und wo wir gerade hier so vorbeikommen das pferd haben wir wegen trinken also immer wenn wir irgendwo bei irgendwelchen tranchen vorbeikommen sollten wieder einkaufen gehen und hier der hausierer das kosmische rund da da haben wir vor kurzem haben umgebracht wir würden hier gerne einkaufen mit der leiche im keller nichts zu tun handeln hast schon neue tränke ich meine wir waren nicht allzu lange weg ne ne hast nicht okay raus raus jetzt rechts halten und einfach dem weg folgen was ja rechtzeit von hier aus dahinten müsste irgendwo stehen hoffentlich ist das der richtige ich dachte eigentlich dass der woanders stehen würde ja das ist der falsche glaube ich du ein gestütztes haus sie wollten anbau einbauen beste absichten weitergehen leute ja nee das ist nicht der den ich meinte ich glaube der bei der nähe von wasser gewesen haben zags versteckt wichtig main quest küros manami ich liebe die notizen von vergangenheits gerogon da könnte was sein hier vielleicht aua das ist alles für hilfreich ich gehe das mal dahin wo ich nicht hingehen will nämlich in die unterstadt oder wie heißt die stadt in das viertel die ins elends viertel und ich glaube da war das aber auf der anderen seite da wo auch die händler waren da stand irgendwo eine wache rum mit der reden wir dann und die gibt uns hoffentlich das was wir brauchen so für die schwarzen reistanz da sind die händler katmus ausbildungszentrum der schwarzen gerade da können wir auch kurz hinkommen vielleicht redet hier einer von denen mit uns aber ich sehe nicht ich sehe nicht den ein schwarzkadisten außer der hat einen eigennamen aber der wird nicht vitamina heißen das war auch dieses komische katzen ding katmus du bist katmus du bist der schwarzkadist der kein schwarzkadist ist sondern ein silbergadist hallo früher war ich in der stadt gerade ja der ist also auch nicht aber genau an dich hatte ich gedacht dachte du wärst derjenige welcher den wir suchen müssen nämlich findet seren ja ok katmus ist ungleich seren das ist wohl richtig also seren 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 ausbildungslage schwarzkadisten ich hatte das schon mal gesucht ne ja ich bin mit ihm sehe dass er schon mehrfach gesucht habe du geh mal da rein hallo wir suchen einen gewissen seren brogan lovel grimbold hier haben wir nichts neues und es sieht immer noch sehr verstörend aus wenn er das ding als poko stick benutzt und lustige einlagen hin oder her ich finde das doch ein wenig unpassend weiß nicht naja bin der ehrenfreund vom subtilen humor wie vampire im licht aber das gehört ja auch anscheinend zu der spielwelt hier glitzer vampire hallo du bist nicht sondern aber okay ich werde jetzt nicht auf okay das sollte vielleicht nichts sagen ich werde versuchen nicht aufzuhören aufzunehmen bis ich nicht jetzt eine von den beiden sachen abgehakt habe weil sonst kommen mit der sache weiter ich lasse mich da immer wieder ablenken vergisst in die hälfte und dann ist das doof das heißt ich werde schön am stück aufnehmen und gucken dass wir entweder seren finden oder mit den händlern einigermaßen drehen können und da weiterkommen so war hier unten drinnen etwas rückwärts tavernadilla irgendwas da gucken wir aber mal sein was ja hier ist gefährlich warum ist hier gefährlich und das geräusch ist auch neu kann das sein dass es so ein bling geräusch mit zukommt bling also ja es ist ein elends viertel das ist immer gefährlich und so vor allem ein bisschen mehr gold hat so wie wir ein paar minzen haben wir dabei aber ich glaube da ist was anderes mit geweint rickart also kann aufhören aufzunehmen was wollt ihr seht ihr nicht dass ich trinke schlüssel zur karlisation mich interessiert nicht was ihr sagen könnte ich rede nur mit meinen freunden und meine freunde fangen gewöhnlich an indem sie mir einen ausgeben jemand dringend ausgeben ja ich glaube das ist der beginn einer wunderbaren freundschaft die gläser zu einem trink spruch auf neue freunde wer trinkt mit mir direkt nach ein paar runden ist er und völlig hinüber als niemand hinschaut lehrte ihm die taschen und findet den schlüssel zur organisation wir sind echt eine tolle helden truppe viel gold haben wir bekommen nix armer schlucker was hast du ausbildung kriegsführung nein gibt es hier essen probieren kaufen wir haben genug probierend ja sehr schön also schlüssel hätten wir schon mal das war doch schneller als gedacht und ich bin mir ziemlich sicher wir hatten da eigentlich schon mal geguckt aber na gut und jetzt zu den händlern dazu musste ich hier irgendwo wieder hoch und das ist komisch hier ist auch gefährlich also ich denke mal es werden irgendwelche fässer sein die ich über sie und da sind spinnen drinnen oder gleichen wo ging es wieder hoch jetzt wird es noch dunkel im elendsviertel das ist nicht gut nein es kommt nichts in unsere richtung hört auf so eine paranoia zu verbreiten darum 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 kuckuck kann ich durch das haus also wir müssen ganz da hier hier schaut gut aus ich glaube das sollte ich mal markieren hier geht es im westen hoch das ist doch eine produktive konstruktive schöne markierung oder ja finde ich auch da 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 fast hier geht es jetzt hoffentlich hoch ja schaut sehr gut aus und dann können wir zu den händlern hier um die ecke also einmal scharf links scharf links und mit euch reden experte für ausweichen nein auftragsspieß gesellen ah ja ihr müsst die berüchtigten schatzjäger sein von denen ich so viel gehört habe ihr habt meinen großen dienst erwiesen als ihr mir mond bad und seinen fanatiker vom hals geschaffen habt ja ihr seid auch die bösen mond bad war der gute und wir dachten mond bad wer der böse weil wir ausgetrickst wurden also haben wir euch geholfen obwohl das gar nicht folgen ihr doofen doofen typen na gut ihr habt meinen großen dienst erwiesen ihr kleiner kreuzzug hat uns ehrliche die bilden verrück gebracht der schwarze reißer hätte verwendung für einfallsreiche partner wie euch meister der mystik kann keiner auftragsspieß gesellen früher hatten die schwarze garde und der schwarze reißzahn eine freundschaftliche beziehung aber ihre tendelei mit marcus wolf hat sich als schlecht fürs geschäft erwiesen ihr würgegriff um die stadt zu lösen die tatsächlich unserem langfristigen interessen also helfe ich euch in die hauptquartier zu gelangen sehr schön als gegenleistung für diese information in meinem besitz verlange ich nur eine kleine gefälligkeit ein schiff ein schiff ist eine kleine gefälligkeit also ein schiff namens sonne hinten ist vor ein paar tagen südwestlich von hier verschwunden in seinem laderaum befindet sich eine truhe die dem schwarzen reißzahn gehört ihr müsst herausfinden was dem schiff wieder fahren ist die truhe ausfindig machen sie zum zurückbringen schiff haben wir schon gefunden bin ich mir ziemlich sicher dass es das schiff war wo wir drin waren wo ich mich von ablenken habe lassen von ein paar folgen aber es taucht kein quest item hier auf ich guck mal ganz kurz quest item ganz viel zeug aber keine kiste handeln 7 geist eine schöne kopfbedeckung was hast du so du hast das zwergische ultrading du hast nichts nichts tolles bei einem erfolgreichen angriff allein alle feine der gruppe des ziels 13 schaden ich denke damit ist ein nahkampf angriff gemeint da finde ich sieben geist doch dezent besser und ein rüstungswert mehr sieben tausend gold du bist mal gekauft so haben wir hier noch vier stufen eine axt acht glück grundabwehr vier stufen feuer magie was hast du war das so tolles ding das kann aber auch jeder andere bekommen wille und entschlossenheit bekommt jetzt mal so kleiner gold die die ganzen artefakten und du nimmst bitte das da ausweichen wollen wir nicht grüne sachen plus zu ausweichen das ist schick eigentlich wenn wir ausweichen wollen würden wir sind eher die schaden schlucker und gegenheiler klar war verstanden tsunami seelenfanal seelenfanal haben wir schon sechs mal ich kaufe jetzt trotzdem noch mal acht mal und dann benutze ich ihn hier auch gleich weil ich keine lust habe noch mal durchs elendviertel zu laufen das heißt wir benutzen jetzt hier das jeden fall wollte dass sie vielleicht hier absetzen okay oder rotes x das könnte man auch ein bisschen verbessern talana wirkt sehen von ok bitte stecken und wir haben zwei stecks das ist schon die maximale größe na gut also wir haben sie von alt hier gesetzt wird das ihnen markiert auf der karte ja wird es sehr schön da seelenfanal das heißt wir gehen jetzt los verlassen die stadt wie verlassen die stadt am schnellsten schwarz galisten hauptmann hafenviertel wahrscheinlich über die kanalisation also verlassen jetzt die stadt gehen zurück zum schiff wo wir schon mal waren suchen nach einer kiste die wir übersehen haben was komisch ist weil eigentlich kann man quest gegenstände auch vorher finden und waren eigentlich recht gründlich da war eine kiste wenn ich mich recht erinnere und ganz 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 viele fässer aber vielleicht war ja auch anderes boot gemeint wo ist das dunkel direkt licht